Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute einen Online-Shop vorstellen. Passend zur Jahreszeit wollte ich euch mal wieder einen Schmuck-Shop vorstellen, den ich absolut feiere. Und ich habe den schon eine ganze Weile auf Instagram supportet und euch auch schon Bilder gezeigt. Und ich weiß schon, auch ein, zwei Leute haben auch schon was bestellt. Und diesmal möchte ich ihn euch hier im Video mal vorstellen. Ich habe euch auch natürlich ein paar Produkte mitgebracht, die ich euch näher zeigen möchte, die ich persönlich am schönsten fand aus dem Shop. Ihr müsst aber unbedingt unten in der Infobox mal reinschauen. Da werdet ihr den Link zur Seite finden und auch zu allen Produkten, die ich euch gezeigt habe. Damit ihr einfach nur noch draufdrücken müsst und dann habt ihr das Produkt schon, was ihr euch anschauen wollt. Ich kann euch auch, und das ist das Schöne daran, einen 10% Gutschein anbieten. Der ist natürlich auch unten verlinkt in der Infobox. Wie kam es dazu, dass ich euch diesen Online-Shop vorstellen kann? Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich war auf dem Davanda Messe Shop und da war ihr kleiner Stand gleich am Anfang in der Halle und ich war so überzeugt von diesen Edelsteinsachen. Also sie macht sehr viel mit Stein. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier schon sehen. Und das ist genau mein Stil und ich liebe das total und ich finde das edel und einfach und schlicht. Und deswegen musste ich sie einfach ansprechen, ob sie Lust hat auf eine Kooperation mit mir, dass ich ihre Produkte immer vorstellen kann, euch zeigen kann. Es ist alles so abgelaufen, dass ich kein Geld dafür kriege. Das möchte ich euch gleich zuvor sagen, weil ich weiß, dass das heiß diskutiert wird auf YouTube. Und deswegen wollte ich euch das nur mal kurz sagen, weil ich möchte euch das nur vorstellen, diesen Shop, weil ich überzeugt bin von der Qualität und von den Artikeln an sich. Also ich möchte euch nichts vorstellen, was ich nicht selber zu 100% vertreten kann. Und deswegen fangen wir doch einfach mal an mit den Sachen, die ich jetzt gerade an mir habe und was ich gerade trage. Und wir fangen mal an mit diesen Ohrringen. Ich finde die so, so schön. Es ist genau meine Farbe. Also ich liebe dieses Eisblau. Und es sind hier Kreolen und ich kann eigentlich keine Kreolen tragen, weil sie bei mir immer so komisch abstehen. Aber bei denen ist das jetzt tatsächlich so, dass sie gerade, weil sie so schön schmal und schlicht sind, doch relativ gut zu tragen sind für meine Ohren. Ich weiß nicht, ich kenne das, dass einige Leute diese Probleme haben mit Kreolen und hier ist es definitiv nicht so, dass ich das sagen müsste, dass ich das nicht tragen möchte, weil sie abstehen. Sondern durch diese Leichtigkeit des Materials passen die sich super schön an und man hat auch nicht das Gefühl, dass man einen riesen Klotz am Ohr hängen hat. Und so kann man halt das Produkt auch wirklich sehr, sehr lange tragen. Jawohl. Und hier hinten der Verschluss ist total besonders. Man hakt das nur so ein und dadurch hat man eben nicht noch ein zusätzliches Gewicht durch einen Stöpsel. Oder dadurch, dass das nur eingehakt wird, hängt halt nicht noch zusätzlich was am Ohrläppchen dran oder beschwert das unnötig. Genau. Das war das zu diesen Ohrringen. Ich trage sie wirklich sehr, sehr oft. Ich bin damit auch schon mal eingeschlafen und sollte man nicht, das weiß ich. Aber wenn man manchmal so mittags auf dem Sofa liegt, schläft man doch mal ein. Und das hat diesem Produkt hier gar nichts ausgemacht. Obwohl es so dünn ist, ist es nicht verbogen. Gar nichts. Dann machen wir weiter mit dieser Kette, die ich hier aktuell trage. Und das ist eine Kette mit einem Edelstein in durchsichtig. Das ist ja relativ beliebt gerade. Und ich finde das auch so eine schöne, schlichte Sache. Man kann es einfach zu allem tragen. Und es peppt einfach das Outfit so ein bisschen auf. Ich bin sowieso sehr, sehr überzeugt von der Qualität. Ich hatte Angst am Anfang, dass vielleicht diese Halterung nicht halten würde. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist wirklich sehr robust. Mein Kleiner hat auch schon dran gezogen und die Kette hält und hält und hält. Ich weiß auch von einer anderen Freundin, die hat die Kette auch sich gekauft. Und die meinte auch, dass sie, die hätte ihr aber eine andere Farbe geholt, dass sie wirklich sehr robust ist und dass sie die auch fast täglich trägt. Und was ich schön finde, dass die Qualität hier hinten, das kennt man ja oft von Schmuck, dass die so stark schnell verfärbt. Das tut dieses Material hier nicht. Und ansonsten weiß ich gar nicht, was ich euch dazu sagen soll. Schaut euch die Bilder einfach an. Ich bin wirklich super überzeugt von diesem Produkt. Und Bärensteinketten sind sowieso was ganz, ganz Tolles. Dann möchte ich euch eine Kette vorstellen, die mein Freund ganz besonders toll fand. Und zwar ist das diese hier. Hier drin ist es ein Melaillon sozusagen. Man kann das aufmachen. Ich mache das jetzt nicht, sonst fallen mir die Blütenblätter raus. Ich war nämlich schon so dusselig und habe es schon einmal aufgemacht und dann lag die ganze Suppe auf meinem Bett rum. Deswegen machen wir das jetzt lieber denn nicht. Die könnt ihr natürlich auch in verschiedenen Farben holen oder ihr könnt euch auch andere Sachen reinmachen lassen. Oder ihr macht sie euch selber sogar noch rein. Also das fand ich total gut, weil man es individuell immer wieder umtauschen kann. Man kann im Notfall auch mal ein Bild reinmachen und es schön verschenken. Also ich finde zu Weihnachten ist das hier wirklich ein individuelles Geschenk, was man definitiv dem ein oder anderen Mal schenken könnte. Gerade weil das hier auch so flexibel ist durch das Band. Ich habe zum Beispiel öfters das Problem, wenn ich irgendwelche Ketten verschenken möchte an meine Mutter oder sonst wen, dass die das nicht mögen, wenn das so eng anliegt. Und hier kann man das dann individuell einstellen durch das Bändchen. Das ist auf jeden Fall ein wunderschönes Produkt. Ich war überrascht, dass mein Freund es tatsächlich so schön fand, dass er gleich gesagt hat, dass das hier sein Lieblingsprodukt ist. Das hätte er gepickt sozusagen, um es mir zu Weihnachten zu schenken. Dann zu einem Produkt, was ich schon gefühlt hunderte Mal getragen habe, beziehungsweise alle drei Produkte, die hier noch übrig sind. Und zwar ist das einmal hier ein Armband, was auch genauso filigran gestaltet ist wie hier die Ohrringe. Da ist auch ein Stein drin und der ist ummantelt mit einem Draht und hat auch wieder so einen Verschluss, den man öffnen kann. Ich trage das immer unterschiedlich. Manchmal trage ich das hier unten und manchmal hier oben. Das habe ich euch auch im Video in der Nahaufnahme hoffentlich gut gezeigt. Er ist auf jeden Fall ein super simples, schönes Schmuckstück und war mein persönlicher Pick, den ich unbedingt ausprobieren wollte, testen wollte. Und ich liebe dieses Produkt. Es ist wirklich so schön. Ich weiß, ich sage das ganz, ganz oft, aber ich habe mir die Sachen natürlich auch relativ selbst ausgesucht und würde euch natürlich die Sachen nicht zeigen, wenn sie mir nicht wirklich gefallen würden. Und ja, auf jeden Fall ein sehr schönes, schlichtes Armband. Und gerade wenn man eben nicht zu überladen ist oder nicht so der Schmuckfan ist, aber man möchte auf einer Feier zu Weihnachten zum Beispiel ein dezentes Schmuckstück haben, ist das eine wirklich schöne Sache hier. Und wird definitiv bei mir noch öfter zum Gebrauch sein. So, dann machen wir weiter mit Armbändern. Und das sind jetzt zwei Armbänder, die für mich so, so schön und simpel sind. Ich trage die immer gepaart mit meiner Casio Uhr. Also ich mache die mir immer hier vorne dran und dann trage ich das mit der Casio Uhr, weil sie eben beide mit Gold-Applikationen sind. Und die sind wirklich, wirklich schön und man sollte es nicht meinen. Ich habe die schon so, so oft getragen und auch hier ist keine Verfärbung bisher zu sehen. Hier sind drei kleine Tropfen, sage ich jetzt mal dazu dran, und hier sind nur zwei dran. Ich persönlich trage gerade die weiße noch lieber als die grüne, obwohl ja eigentlich hier die grüne genau meine Farbe ist. Aber jetzt zu der Jahreszeit finde ich einfach das Weiß ein bisschen schöner und passender. Und hier sind verschiedene Perlen dran. Einmal sind hier glatte Perlen dran und zum Schluss diese große, die hat so eine Schleifung dran. Ich weiß nicht, wie nennt man das? So ein Schliff. Damit das so ein bisschen kantiger wird und ein bisschen edeler noch aussieht. Also ich finde das wirklich, wirklich schön und gelungen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt haben wir noch ein paar Ohrringe, die ich euch jetzt mal hier einblenden werde. Das sind schwarze Steckerohrringe, die vorne für mich wie so eine Muschelform haben. Also das, was man reinsteckt, ist wie eine Muschelform. Ich finde die wirklich sehr, sehr schön und mega, mega edel. Also egal, was ich mache, wenn ich diese Ohrringe anziehe und ein schlichtes Outfit an habe, sehe ich trotzdem total gestylt und edel aus. Also dieses Schmuckstück an sich ist so klein und filigran und trotzdem bewirkt es einfach wahnsinnig viel. Die gibt es natürlich auch in verschiedenen Farben im Online-Shop. Ich werde euch auch mal hier nochmal zeigen, wie ich jetzt da online shoppe, weil ich darf mir noch eine Kette aussuchen, die ich zu Weihnachten bekommen werde. Und das werde ich euch mal hier drin verlinken, wie ich das jetzt gleich online bestellen werde. Und damit ihr den Shop auch mal gesehen habt. Und nun kommen wir zu einer Kette, die ich wirklich mega besonders fand. Und das ist auch tatsächlich für mich das Herzstück der gesamten Kollektion, die sie hat. Das ist eine Statement-Kette mit einem goldenen Rohr, wo hier vorne dann noch ein schöner, türkiser, hellblauer, ich kann die Farbe nicht ganz definieren, Stein dran ist. Hinten verschließt man das Ganze mit einem Drehmechanismus, was aussieht wie ein Magnet, aber es ist keiner. Ihr müsst das zudrehen und hinten habt ihr dann eine ganz, ganz schmale Kette noch. Das ist wirklich eine so, so schöne und für mich das Herzstück der ganzen Kollektion Kette, die es... Als ich die gesehen habe, das war ja tatsächlich das erste Teil, was ich gesehen habe auf dieser Messe, wo ich gesagt habe, wow. Ich bin ja sowieso bekannter Statement-Kettenliebhaber, aber diese Kette hat es mir ganz besonders angetan. Sie hat das wirklich sehr, sehr schön detailliert aufgezeigt in ihrer Webseite. Sie hat wunderschöne Produktfotos gemacht, damit ihr auch wirklich detailgetreu sehen könnt, wie das Ganze aussieht. Musik 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 So meine Lieben, das ist der Online-Shop und hier sieht man auch gleich den Topseller der Seite. Und zwar ist das hier diese Kette mit eingravierten Buchstaben, Namen, Daten, was ihr haben wollt. Da könnt ihr natürlich individuell auch eure Schrift auswählen, die ihr haben möchtet. Und das ist übrigens die Kette, die ich mir heute bestellen darf. Und dann machen wir weiter. Hier unten sieht man auch nochmal ein Tragebild zu dieser Kette. Ich finde die so, so schön und schlecht. Hier ist übrigens das Armband, was ich euch gerade gezeigt habe. Und hier die Verpackung, die ist so cool gemacht. Sie ist schön in diesem, kann man das schon sagen, so ein bisschen Retro-Stil. Ich finde es wirklich genial. Und hier sind auch mal ein paar Ringe. Also hier gibt es einiges. Und ich zeige euch jetzt mal eben die Übersicht. Hier ist der Gravurschmuck, wie eben schon erwähnt. Ihr könnt euch Armbänder machen lassen, eine große Platte, eine kleine Platte in Gold, in Silber. Dann hier dieses Armband finde ich übrigens auch total besonders. Man kann hier den gesamten Namen in einer Schreibschrift sich schreiben lassen. Kennt man ja von diesen Ketten zum Beispiel. So, damit ihr mal hier eine Übersicht bekommt. Dann sind wir bei den Halsketten. So, ich möchte die gerne in Silber haben. Und klicke deswegen auf diese hier. Dann kann man einstellen, ob man welche Länge man haben möchte. 40, 45 oder 50. Ich möchte sie relativ kurz haben, deswegen nehme ich nur 40 cm. Dann keine Gravur, also ein Zeichen oder zwei Zeichen. Ich möchte gerne zwei Zeichen haben. Und dann hier gibt es die Schriftarten. Da könnt ihr hier mal drauf gucken. Hier seht ihr die dann, welche ihr haben möchtet. Und hier sind auch die Zahlen. So, und ich hätte gerne die Schriftart 3. Dann legen wir das Ganze in den Warenkorb. Und zur Kasse gehen. Vergesst nicht, unten ist der Link für die 10% Ersparnis in dem Online-Shop. Bis zum 31.12. könnt ihr da 10% sparen bei eurer Bestellung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt ein, zwei Sachen gesehen, die ihr vielleicht sogar zu Weihnachten verschenken möchtet. Ich wünsche euch bis dahin erstmal einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, hier unten zeige ich euch noch mein letztes Video. Und bis dahin, frohe Weihnachtszeit!